ARD Text im Auftrag des ZDF BEEP ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF RDR ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF Nach einer langen Zeit SINN WIR WIEDER DAA Alles klar Digga, der war so scheiße BRUH Ja okay, ich glaub ich nehm hier mal die Kiste BEEP So Leute, heute haben wir eindeutig ne Challenge am Schlüssel wir dürfen eigentlich praktisch gesehen nur die leute mit schneebellen töten leute mit schneebellen du siehst gut aus du siehst gut aus du bist ein bastard du bist ein bastard ja hey ok hey ja ich nehm gerade skywars auf so ok ich glaube jetzt nach dem fails wird jetzt mal ein bisschen zerstört leute leute falls ihr euch fragt was das für ein taxpack ist das ist mein eigenes taxpack ok gehen wir zu ihnen los gehts leute oh bist du tot putz oh fight fight was nein mein schwert ne digga nein was ja ok alter man jetzt jetzt ist fertig man wenn wir jetzt nochmal verlieren dann ist die folge weg ist mir egal ne leute hat gar nicht mehr verdient die folge hier ja oh mein gott alter oi 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 bist du scheiße alter go neon go neon go neon alles klar hallo hallo ne spaß denkst du wir würden den auch so bekommen poots oh mein gott digga er wird uns so was von töten hhhh hat nen bogen er hat nen fucking bogen Scheiße ok wir sind tot ah was alles klar leute das war es mit der Folge ciao Das ist es, Freund? Ja.